Einen wunderschönen guten Tag zu einer neuen TTT Blitz mit Juli, Dalo, Kapuze, Maxi, Liquid, Mau, Granz, Nils und TauTau. Hallo. Hallo. Servus. Granz schießt auf mich. War aus Versehen. Ich habe einen Schaden bekommen. Nils, bitte, Waffe auf den Boden. Kommen. Ich habe Granz angeschossen, er hat auf mich geschossen. Ich hack das. Los, das Gefängnis ist frei, alle raus. Alle raus und Party im Garten. Nackt. Echt? Stimmt, das sind Dopp mit dem Dauwater da. Ey, warte mal, wo sind denn die ganzen Bänke und so hier hin? Nils, meinst du im Abschuss? Die habe ich kaputt gemacht. Aber nicht alle. Echt nicht? Diese Lens-Flares hier drin, echt. Warte, ich mach erst, jetzt kannst du gucken, da sind keine Punkte drin. Ey, es ist keine Punkte drin. Wer ist es denn, Juli? Nils, irgendein hat meinen Boomerang geklaut. Wundrad, warst du das? Dalo, hast du das denn gemacht von Nils? Wundrad war das bestimmt. Ich bin klar drauf, dass der hier runterkommt. Kommt man hier hinten? Der ist da runtergesprungen, Konrad, du musst ihn gesehen haben. Konrad, du bist es. Nein, der ist nicht hier. Der ist runtergesprungen. Nein, der ist da im Deathringer oder so. Nein, der ist runtergesprungen direkt. Was sagt denn hier? Was ist das denn hier? Was ist das denn hier? Was ist das? Das ist der Exit. Ich habe das Gefängnis aufgemacht, wir können alle abkauen. Was? Geil, wir können raus hier. Leute, flüchten! Ich habe ihn runterspringen sehen, das heißt, er war nicht im Deathringer. Ich bin der Einzige hier, macht's gut, Leute. Hey, Konrad, 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 Konrad. Konrad war's, glaube ich. Dein panisch... O, mein Gott. Ali, 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 Ali... Er wurde wieder belebt, Ali? Er ist unheimlich. Ja, Kunran und Liquid. Einer von denn beiden wurde wieder belebt. Ich liebe damals. Das war übrigens ein nice Mood. Ile ist so mit dem Deathringer. Auch meine Güldi. Nicht gemerkt, dass du im Deathringer warst, ne? Hier ist Liquid. Draußen lege Leichen! Lüge. Hallo, was nicht? Ich häng am Bett. Was sagst du? Was, McFly? Warst du nicht grad genau? Ich war wohl im Dead Ringer. Konrad, bist du nicht durch meine Brand gestorben? Nee. Er hat mich erschossen. Ich hab dich dann gefreut. Ja, Draculas Latte. Ich hab's auch nicht verstanden, warum du dich so richtig warst. Ich dachte, du bist durch meine Incentenary gestorben. Nimm dem doch nicht die Illusion. Und... Ich hab kein Bock mehr. Nö, kein Bock mehr. Das ist okay, dann ist es wieder ruhiger. Oh Gott, nie, ist es plaga authentisch. Können wir den TS wieder entmuten? Hast du etwa die Männerstimme? Hast du inzwischen mal die andere Map gefunden? Ich hab gemacht alles über Frequenzherzen. Das kann nicht gehört werden. Genau so. Hast du grad den Namen der Map genannt, Halu? Ich hab das nicht gehört. Nee, aber die Serie an die diese... Verfutertst du grad irgendwas in der Hand? Was denn? Das war nicht die. Das sah aus. Ich hab nichts gemacht. Das sah aus wie so ein Boomerang. Was? Okay, dann ist alles gut. Nein, ich hab das. Das war nicht. What the fuck? Dann ist alles gut. Okay. 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 Das ist ein Tor. Ja, geil. Du auch. Wie geht's weiter? Das ist ein Tor. Was ist ein Tor? Oh, da Erli ist hinter mir. Erli! 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 Merli! Dann kommt endlich mein Call. Ja, erli! Ja, erli! Da, erli! Da, erli! Hä, wie hast'n das gemacht? Random Tester. Achso, da wird jetzt angezeigt da auch. Das ist ein Technology. Nee, das ist ein Item. Technologie. Das ist ein Lurgus. Technologie. Ja, und C. What? Eyo! Ja, ich bin verstaunt. I can see you. Lauf den nach, der was da immer rumbleibt. Ich bin Deter! Ja, Feuer! Franz, darf ich denn... Mach' ich mich beobachtet! Was willst du sein? Du hast mich doch genauso beobachtet! Aber ich hab'n kein Item. Warum? Ja, und? Hab' alles ausgegeben. Ja, und? Ich bin ja eh nur für mich verdächtig. Du bist ein Schlendrian. Ach, du Noob, ey! Schlendrian! Ach, Erli, Ach, Erli. Du noch viel lernen musst. Nils hat das Fass in das Ding getan, und dann ist das Ding in sein Gesicht geflogen. Das war richtig schlecht. Das Ding, ey. Das Ding, ey. Immer fliegen irgendwie Ding. Das Ding, a Ding. Hey, da oben will jemand schießen, ey. Hey, das ist nicht gelaufen. Hey, das ist nicht gelaufen. Leute, von oben angeschossen! Wer befindet sich da draußen außerhalb? I don't... Nein, ich bin nicht mal oben gewesen, du böser Bub. Ein Eggman da draußen ist. Hier, Juli. Vater, komm, Güte gehen Sie aber einfach. Ich und Juli kamen gerade aus dem Gefängnis raus. Aber komm... Wir kamen gerade aus dem... Aua! Was soll das? Hey, kaputt! Witzel ist es! Mach sie was! Nein! Er hat gelogen. Er hat gesagt, er kam aus dem Gefängnis raus. Er stand auf dem Container drauf. Was sagt der Nädel dazu? Alter! Das war jetzt! Ja, aber er hat so geguckt halt. Was soll ich machen? Nee! Hab nicht getroffen! Komm wieder! Was? Ich weiß jetzt nicht warum ich freigeschossen bin. Naja, er stand oben. Ich bin dafür nicht wahr. Ich hab ihn oben auf dem Container gesehen. Ja, aber er kann doch aus dem Gefängnis rausgegangen sein hier. Nein, er stand davor. Ich hab ihn auch vor allem da reinschießen sehen. Also mit der Diage. Let's see in the truck. Das war halt für mich noch nicht... Wir schießen ja alle irgendwo mal random hin. Aber nachdem er dann noch meinte, er kam aus dem Gefängnis. Ich bin nicht überzeugt. Oh, der sitzt da voll chillig drin. Maro ist Traitor Leute! Und ich stand genau hinter ihm. Er kommt neu. Ja, wo ist er denn? Er kommt neu. Wo ist die Party für... Da hat man genau den richtigen getrackt. Das ging schnell. Oh. McFly, war das so alles okay? Ja, aber hatte ich Olli getroffen? Weil ich bin am Anfang... Ich hab nicht mal einen getroffen. Doch, doch. Das weiß ich halt nicht. Deswegen hab ich auch nicht direkt geschossen. Weil... Keine Ahnung. Er hat early getroffen. Habe ich getroffen? Das Ding ging nach hinten los. Das hat er selber nicht gemerkt. War mal wieder ein Schuss. Als ich im Gefängnis stand, hab ich mir abgeballert oder was? Das war mal wieder ein Kapuze im Uf. Ja, der Grant hat mich da erwischt. Ich war so gut. Aber der Grant war besser. Aber der Grant war besser. Das ist so komisch. Aber es wundert mich sehr, dass dann nicht alle sofort auf Kun rangeballert haben. Das war ja safe. Vom Random Tester. Er war Confirmed Inno. Achso. Er war safe. Könntest du mich mal gewinnen lassen? Okay. 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 Ich mag den Randomizer aktivieren. Da, Random Tester hier. Oh, das ist die Wii-Mode. Oh, in 10 Sekunden werden die Traitor entlarvt. Nice. Die Models sehen dann anders aus. Die Wii-Mode ist scharf. Ich sag's nun. Alle Skelette sind Traitor. Alle Skelette sind... Hier, Grants, Grants, Grants! Alle Skelette und jetzt wieder normalen Terroristen sind Traitor. Wenn sie ein neues spawnen. Buselig, hey. Was machst du da eigentlich? Warte. Kannst dir gleich sagen, ob's klappt. It's just a prank, bro. Aber Early ist schon tot. Hörg, jetzt stehst du hier rum. Es ist so creepy. Such die Skelette. McFly ist kein Skelett. Ne, ich wollt grad sagen. Ne, McFly hat auch eh schon Maxi getötet. Lausch hier hin. McFly hat eh schon Maxi getötet. Ja, genau. Ja, du hast dich selbst getötet, eindeutig. Da kennt er nix. Wer ist denn da unten? Da ist er! Wo? Da ist er! Der kleine Nils! Der Schnell! Von dem hatten wir die ganze Zeit nix. Er explodiert! Er ist der Dringer! Nein, er explodiert doch nicht, weil er noch lebt. Er lebt doch! Aber kommt noch wieder! Ja, aber er ist eben der Dringer. Ich habe eine Tür gehört! Jetzt ist er weg! Bitte explodieren nicht! Der explodieren tut er nicht, aber er kommt nochmal wieder! Das ist ja kein Problem! Auf ein neues! Auf ein neues! Und jetzt! Und jetzt! Ah! In der Tür! Und jetzt! Und jetzt! Dann! Da! 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 Das ist so ein Boomerang. Ach, Pilzsoße. Was? Das kriegt er wieder zurück, der blöde, der blöde Tata. Du hast gefragt. Ihr hat Pilzsoße gesagt. Lecker Schmecker. Happy Food. Wer hält die denn zu, ihr Tata? Na, ich der. Auf der anderen Seite. Das ist gar nicht der Alu sein. Aha, wer sich hier rumtreibt, ist verdächtig. Okay. Hier wieder der Alu. Ich bin aber der Hilfs-Sheriff. Lauf gleich, beweg mich gleich. Du bist kein Hilfs-Sheriff, du bist der Sheriff, du witzig. Nein, ich bin der Hilfs-Sheriff von Nils. Aua. Aufhören. Aua. Du kassierst dich selbst. Oh nein, Grenz, wir sterben. Ja, das bist du mittlerweile von mir gewohnt. Das hat Nils gemacht. Alles klar, Early. Ich wurde vergiftet. Oh, Early. Early direkt hier. Wollt den D du töten. Ich hab in dem Moment die Tür aufgemacht. Aua. Ich wurde vergiftet. Hier, Grenz. Aber ich wurde drei Mal vergiftet. Nein, die kann ich nicht mehr vergiftet. Du hast sie an die Decke geworfen. Aua, Early hat mich mit einer Brandengranate abgeworfen. Das ist das Event, du Wabler. Aua, ich bin vergiftet. Wer schießt denn auf dich, Kapuze? Ja, ich bin vergiftet. Hamara. Kapuze. Ich bin vergiftet. Kapuze. Kapuze, warte. Kannst du mich heilen? Nee, ich hab im Wanderlach. Kannst du mich heilen? Kannst du mich heilen? Jeder ist fängig. Oh, da ist er mich früher gefallen. Leute, versteckt euch mal alle. Wenn wir alle gleichzeitig sterben, dann können die Traitor nur gewinnen. Die Traitor können sich aber heilen. Oder sich heilen. Wenn du das nicht gesagt hättest, hätten wir das nicht gewusst. Ja, aber vielleicht haben sie ja... Nee, nee, wir können uns ja immer noch... Es muss nur ein Traitor sich heilen, damit die Traitor gewinnen. Mach Platz. Ja, aber vielleicht haben sie ja schon alles gekauft. Den kann man nicht sofort. Ihr könnt auf jeden Fall auf die schießen, die mehr Leben haben. Da hat sich schon einer geheilt. Hier, Grants, komm, bitte. Grants hinter dir. Drück doch mal einen ab. Nichts mach ich, ey. Drück doch mal bitte einen ab. Ich sterb jetzt gleich. Nein, ich schneid mich doch ab, ey. Nein, hilf mir auf. Grants, jetzt heilen. Oh nein, ich hab noch einen. Bevor ich gestorben bin. Oh, dann sterben alle. Was ist hier los? Wir leben alle. Wir leben alle. Wir leben alle. Natürlich leben alle. Ich hab den Max mit den Kopf. Grants, komm, hast du nicht Neil? Ja, weiß ich doch nicht, wer da inno ist, ey. Was war hier los? Max, tut mir sehr leid. Ich wollte das mal. Liquid, ich hab dir vertraut. Ich helf dir. Ich will dir nie wieder helfen. Ich wollte eigentlich eine Brandgranate in die Zelle werfen und die Tür zu machen kaputt. Ich wusste das. Ich wusste das. Ich wusste das nicht. Ich wusste das nicht. Ich kenn dich schon. Deine Max kennst alle. Du kennst mich einfach so. Nein, Max kennst alle. Das ist ein altes Sprichwort. Wir sind alles Verräter. Ja, der Max will. Alles Verräter. Ich bin ja manchmal in meiner Bildung. Die ganze Sippe doch. Wir sind alles Verträter. Da kommen die... Noch schlimmer. Da haben wir Hitler raus. Was? Was passiert hier? Hau die Däden wieder ihre Worte raus. Hitler war ein böser Mann. Ich möcht's nur mal sagen. Vorsicht Liquid, du stehst da gefällig. Alles klar. Ja. Alles klar. Aua. Aua. Tautau frei zum Abschuss. Alles klar. Ah, ich pass hier nicht los. Alter, wer war das? Tautau frei zum Abschuss, Leute. Julian und Max in einer Zelle? Was ist hier los? Ah. Tautau, was hast du gemacht? Tautau ist es. Irgendwer hat er da ins Gesicht geschossen. Ja, blitzen wir auch. Blitzt Tautau. Oh, 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 oh. Okay. Feels good, man. Der war super los. Schuld gemacht, Leute. Das war meine persönliche Sache. Granz ist da eben noch. Ja, weil der hat ein Fass nach mir geworfen. Na ja, Granz ist jetzt safe. So was macht er doch nicht, Leute. Ein Fass nach dir werfen. Granz. So war auf. Ich wollte diese Hunde blitzen. Warum will ich denn jetzt töten? Das reicht mir jetzt, Maxi. Oh. Hey, Maxi will mich töten, Leute. Ich will dich ins Feuer schubsen. Ich bin safe inner. Aber du hast nicht mehr viel Leben. Das ist mir doch egal. Ja, aber ich habe geblitzt. Ich kann mich auch nicht töten. Aber das ist so verlockend. Ich will doch, dass du verbrennst. Komm her. Au. Jetzt gucken wir an, was so'n passiert. Siehst du? Hast du nicht die Berechtigung zu? Ja, genau. Warum gehst du ins Feuer? Da hinten war ein Baby hinter dir, Nils. Da war ein Baby. Da war ein Baby. Und Juli zum frei zum Abschuss. Juli und Maru sind frei zum Abschuss. Und Juli steht direkt daneben und denkt, oh cool, Maru da. Wie geht's dir? Konrad auch. Wie viele denn noch? Konrad, Juli und Maru. Be careful, Maxi. Juli, lass mich dich heilen. Da bist du noch voll. Ja, komm und heil mich, bitte. Hast du damage bekommen? Oh nee, ja. Bada. Maru ist wieder belegt worden. Kack. Ich will gar nicht. See Juli. We see. Juli is down. Oh, das ist echt schade. Das ist echt schade. Was ist das denn hier, Maru? Das war eklig. Wir kill ihn doch. Da ist der Rani. Habt ihr den Schuss, ihr sehnt. Ah, schön, wie da ist er hier, ey. Maru ist verschwunden. Kapuze, komm mal her, ich vertrau dir mal. Konrad, du auch bist du? Konrad. Im Sack, löte mich. Was ist denn hier? Was ist das? 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 Ich hab' mir gefallen. Nein, ich hab' mir gefallen. Nein, ich hab' mir gefallen. Ich will dich doch heilen. Ich hab' mir Like und ran. Und bis zum nächsten Mal, Leute. Tschau. Tschau. Tschau.